Ich muss halt jetzt hier, ne? Einmal befestigen. Wobei theoretisch müsste ich auch mal langsam hier wieder im Cumbria Minensektor und Raketengelände müsste ich auch mal wieder machen. Da hauen die die ganze Zeit immer richtig gut drauf. Dann wird als nächstes Quam eingenommen. Ne, warte, erst noch als Toni, wo ich mit Mad Dog, dann nach Quam und danach nach Meduna. Wobei ich glaub, warte mal, muss man irgendwen... Aiwa. Muss ich mal zu den Rebellen schicken. Warte mal. Konrad hat die ganzen Pelze und so, ne? Genau. Aiwa und Konrad. Scheiße. Die fliegen jetzt mal nach... zu den... zu den Rebellen. Und danach machen wir nach Samone. Äh, ne, nicht Trupp, sondern Helikopter. So. Vielleicht kann ich mir jetzt schon... Ah, scheiße. Haha. Meine Willy-Moliz ist jetzt da, die im Sektor daneben war. Ist da zugestoßen. Sehr gut. So wie ich's geplant habe. Hier, die Typen. Haben denen grad geholfen. Müsste ich eigentlich noch hier welche hinstellen, damit die denen helfen können. Falls hier die, die angreifen. Wobei, ne, warte. Die werden ja auch von denen unterstützt, genau. Ne, ist okay. Ja. Passt schon. 52, gegen 15. So, geht schon. So. So. Gehen angekommen. Steig mal aus. Gehen wir mal in den Sektor. Ah ja, wir wollen auch wieder nochmal mitzuhören. So. Micheel. Geht es Ihnen gut. Ich glaube fest am... In Momente... Hä? Wir haben... Es sei Hoffnung. Wir müssen nicht sein... Carlos. So nicht verstehen. Ah, holen wir ab. Äh, Fahrzeugkilikopter. Erstmal noch da. Kommen wir eigentlich mal wieder hier ein paar Verträge für den an. Nehmen Sie es nicht persönlich. Aber ich dachte mir, wenn ich mich schon verbessert habe, dann wäre auch eine Anhebung meiner Bezüge angepasst. Nehmen Sie es. Zwei Wochen. Für 6.500. Das nehmen Kollegen von dir für den Tag. Aber egal. Ich werde immer besser. Schätze, meine Bezahlung sollte das widerspiegeln. Eine Woche. Und dann einen Tag. Noch einen Tag. Gut. Und noch einen Tag. Gut. Meine Fähigkeiten haben sich verbessert, daher muss auch mein Preis steigen. Ich fühle mich... Ich fühle mich geirrt. Ich fühle mich... Ich fühle mich geirrt. Ähm, warte mal. Da waren ja ein paar, wenn Barry hatte ein Problem. Wer hatte noch das Problem. Gasket. Okay. Gasket und Barry. Die zwei müssten eigentlich auch mal ins Krankenhaus. Wegen ihren vergneten Werten. Na, wenn ich mit den anderen zweifelde, ich bin mit dem... Mit dem Heli, dann guck ich mal nach dem. Gut. Ich hoffe, er ist da. Ja, Micky. Verkaufen. Was haben wir denn da? Ja, sie sind ja voller Jäger. Ich mache ihnen einen guten Preis. Ja, perfekt. Ja. Okay, so viel Geld hat man ja doch nicht. Ich weiß, früher habe ich das mit dem ganzen Ausrüsten der Welt mal hier in dieser Taktik an sich gemacht. Das war vielleicht ätzend. Ich habe jetzt voll spät entdeckt, dass man da auf dieser Übersichtskarte das auch machen kann. Ja, das... Mit dem Ausrüsten der Leute. Ja, das... Ja, alles aus erster Hand. Die nehm ich schon mal. Die HE-Munition nehm ich. Was ist das noch? Achso, für Beleuchtung, okay. Nebel. Vakuum. Dringleis. Hm, noch zwei Fernzünder. Ich habe ein ganzes Leben noch kein einziges uneheliches Geschäft gemacht. Das kannst du mir glauben. Ja, ist so gut. Ich habe die 3 mal TNT. Ist klar. Shit, no. Ja, du kaufst keine Sachen. Ich weiß. Du bist ein guter Kunde. Nettes Zeug hat der. Haha. So. Alles. Befehle fangen! Befehle fangen! So, Schau, ist doch noch da. Nicht, dass der jetzt abhaut. So, wie ich Skywilder einschütze, würde er halt machen. Warte, erstmal wollte ich ja gucken, ob Iggy da ist. Das Ei war so langsam. Wegen dem vielen Gewicht? Oder weil sie verletzt ist? Oder weil sie müde ist? Hm, Iggy ist auch nicht da. Hm, wieso sind die nicht da? Du bist ja hier. Ich wette, du bist hier. Ich wette, du bist hier. Genau deshalb bin ich hier. Ich will Toni sehen. Jawohl! Ja? Zeig mir, woran du in der Straße gehst. Der hat auch ein Granat-Unterlauf-Granat-Werfer. Nice. Gekauft. Geil, was hat der hier für Waffen, ey? Die erinnert mich irgendwie an die Waffe von dem Bösewicht aus. James Bond, äh... Wie hieß der? Der Mann mit der goldenen Kanone oder so? Die ist auch nicht schlecht. Munition für den Granat-Werfer. Durch Glaser-Munition. Ah, genau. AET-Munition, das war ja die stärkste Munition, die wir kriegen können. Das ist ja irgendwie so... DPX, genau. Genau. Vorteile von Panzerbrechen und Hohlspitz werden vereint. Aber die Waffe hat einen erhöhten Verschleiß, wenn die Dinger die Gegend nutzt. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Ich habe echt Interesse an dem Ding hier. Das ist schon gut. Okay, was ist denn da? HKG-96, ach... Das ist das Teil, was ich im echten Leben auch schon mal abgefeuert habe. Ah, ist auch ein Granat-Werfer. Okay. Ich kaufe dem hier die Kanone ab. Das muss man nur wissen, was für Munition das Ding macht. 50 AE, okay. Weißt du das? Hat er gar nicht, ne? Wir verkaufen aber wohl keine Munition. Und diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Ja, super. Hauptsache, man verkauft eine Waffe für immer keine Munition hat, ne? Egal, ich hole mir die trotzdem. Ah, da kann ich sogar noch einen Laser-Painter dabei machen. Nice. Ich glaube, an meiner Waffe könnte ich auch einen Laser-Painter dabei machen, ne? Jupp. Ziefenrohr habe ich schon. Aber ich könnte mir einen besser ausrollen. Und noch einen Laser-Painter. Okay, so ein Griff geht nicht. So ein, geht auch nicht, okay. Nein. Hm. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fernen Preis. Einmal, ich muss einfach fertig. Und das Zeug hier alles auf dem Boden, ne? So, muss man machen. Hat er nicht eratmen, hat Ayo nicht ein... Pfff. So ein Ding, okay. Die Frage kann da die... Ja, ich kann die Pistole darin tun, sehr gut. Nein, das bleibt drinnen. Nee, falsch, das geht raus. Das kommt rein. Ja. Kommt so ein Teil da dran. Kommt ein Laser-Modul, kommt dann das Ding dran. Was kann ich denn da reflexisieren, okay. Und dann MF-Dämpfe, okay. Ah, apropos. Nee, aber dafür kann ich das dran machen. So, sehr schön. Ich kriege nur Munition für den Teil. Ah, ich kann eben hier einen Granate-Wertrein machen. Sehr gut. Ich fülle den Lama direkt auf. Oh, okay. Kommt, also direkt noch ein anderes, ein zweites Tiefeinrohr. Ja. Zeig mir, woran du Interesse hast. Oh, die Waffe hat, ähm, einen Burst-Mode. Nice. Geil, wie viele von den Dingern der hat. Ich kaufe die mal alle. Den Duckbill kaufe ich auch. Okay. Na ja, ist gut. Ich hab's vergessen. Du bist da, Junge. Passt schon. Ich hab's vergessen. Eiwa. Das ist denn das Beste von den ganzen? Tiefeinrohr und das hier. Sehr schön. Hm, das geht mir langsam der Platz aus. Ah. Sehr gut. Okay. Kann ich hier jetzt mit dem Helikopter wieder zurückschicken? Fahrzeuge, Helikopter. Tägliches Einkommen, 32.000. Alles klar. Geld zocken hab ich jetzt nicht mehr. Gut. Ja, darf ich mal sagen. Auch wenn hier erstmal ein Cut. Ähm, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das hier. THE WHITEHA